Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3 together mit dem Klaas Wow, du hast gerade geschossen? Ich habe eine Waffe ausgewählt Ah, ich bin für Level 14 Ah, ich habe einen Sniper Sniper? Okay, ich mache wieder einen auf AK-Man Ja, wollte ich ja gar nicht machen, aber Ja, wie gesagt, mit dem Klaas alias Penetrator 248 alias Ja, Sandro Und bei mir den Hänger-Boy Johnny Eine geheime Bunker-Anlage Oh, hallo Was geht ab? Nicht viel, würde ich sagen He's not here Ich bin mir doch noch einer Ist wieder down hier You will leave another day Der mit der Schrotze Hat keine Schrotze, es war der da Doch, der Rest vom Bissen hat mich eingedrückt Meine Deckung Wir müssen eine Freunde hin Okay, wieder zurück, oder wie? Nee, hier am Strand Ah, zu der Atterallie Find ein Röcke Find ein Röcke Find ein Röcke Find ein Röcke Okay, hinter uns kommen welche Röcke, zieh ihn aus! Und jetzt Wow Sehr gut Wir müssen es wieder nutzen, wir müssen wieder nutzen Das Boot ist weg Das Ding trifft ja kein einziges Mal hier Willst du mich Gehen Also bis jetzt zum Schießen anfängt es ja Weihnachten Da ist einer mit einer Schrotze vor dir Mein Gott Mein Gott Du musst schon was sagen Ja, mach mal hinne hier Alter, das SMG ist ja sowas von Was machen die denn hier? Was? Wow Was? Rennst schon wieder Ich hab gerade Battlecry gemacht Dann hat man eigentlich mehr Leben Ah, ich hab die Kohle gekauft Ja, genau, jetzt brenne ich auch noch Der Molotow Man war's Jetzt nehmen wir eine andere Waffe hierher Wer nimmt denn schon Sniper? Gut Gut Ja, klar So Das SMG ist so scheiße Das ist so präzise wie Deine Oma beim Scheißen auf der Toilette Auf allem das Aiming Ja So, ich hör ihn doch schon wieder Oh, ich freu halt da mal wieder Auf das Schiffchen Wo ist er? Sehr gut Wir müssen sie wieder nutzen Find die Rockets Ist weg Ich hol gleich die nächste Lokete Genau, ihr trefft mich, aber ich Euch nicht Gein Wichser da vorne Wo bist du? Aus dir geht der Sniper, pass auf Ah ja, ich will nur Headshots machen Ding, deswegen Irgendwas ist hinter mir Das Schiff schießt auf mich Ah, da ist dieser Molotow Wichser Ah, ich schoss ne Molotow Push Jetzt helfen wir mal Schutz Weg das Ding Fuck Da halten Ich auch AB ARPG Ah, fickt euch doch hier mal ein bisschen Das sind die Sticks Wir müssen da hoch Ich komm mal mit Level 5 auf AK bin ich schon Und ich hab die Marksmems-Side Was du schon hast Freigeschalten Hey, ich hab doch grad F gedrückt Meine Fresse, bist der Regel Ich auch Das geht ziemlich langsam immer Ja Fall um Oh, das Explosionsfass Kurz weggehen Komm, kurz weg, kurz weg So Genau, der sieht mich durch den Dampf Das ist das Geile an den Bots Wow Dem, dem drück ich jetzt rein Blöden Wichser Okay Verzeilen Wenn du mal T drücken würdest Das ist dieser Kampfschrei Dann kriegen wir mehr Leben Kurzzeitig Schieß, schieß, schieß Okay, du hast Vorbeigemessen Wirst du mich verarschen Hinder dir Hinder dir Wo? Ich hab'n Luftpill Die Waffe ist so präzise Können wir Muni gebrauchen Und du? Jo, ich hab das in die Mark Ich auch noch Ich hab's ihn hier heran Die Mangos Ja, hast recht Boah, jetzt schmeißen sie wieder Granaten auf mich, weißt Lass sie da Ich muss hier weg Ich komm mal kurz zu dir Nein Ich renn wieder runter Komm in den Brunker rein Ja, hast recht Komm hier Hier locken wir jetzt alle rein Gibt's hier drin nicht Muni Ich schau mal rechts Mach du vorne Ja Ja, ich schau rechts Jo Hm, ein paar fucker Ich gucke mal hier die Au Au Lauf 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 Boah, jetzt kommen sie Komm in den Bunker Au 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 Oh, da hinten kommt einer Komm hier rein Ich krieg hier ab und dann verteidigen Ja, ja, komm, geh zu Ich komm hier nicht rein In die Ecke Da komm Doppelkill Mit der Magnum Ja, bin nass, wie ich sie jetzt schalten Oben auf Ich komm von hinten Ich hab ne Schrotze aufgenommen Du liegst ja nicht auf dem Boden, oder? Nö Ich messe jetzt schneller, du kleiner Wichser Gibt's zwei gemessert Sie geht jetzt Explosionsfest? Ich bin zwei rot Da hinten rennt einer Halt Komm her, du kleiner Wichser Komm her, du kleiner Wichser Ich werde gerne deine Waffe Ammunizierung ist hoch. So, dass ich ihm seine Waffe nicht aufnehmen kann. Ich will keine Schrotze jetzt. Ich will meine AK wieder. Die liegt hier irgendwo. Liegt ihr da drin oder hast du Muni aufgenommen? Nee, ich wollte etwas Tierpartons hier. Alter, das ist kacke. Ich will meine... Keiner hat ne AK. Willst du mich verarschen? Das Spiel will mich gesp... Hier ist doch einer. Ach, ich hab meine... Meine Zweitwaffe ausgetauscht. Und dort steht einer. Und rechts gibt auch noch einer. Rechts, 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 rechts. Ja genau, ich schieß daneben. Oh ne Messer, richtig kalt. Und ich flack. Ich wollt nach links ausweichen. Danke. Reloading. Ich häng im Stein. Hey, Hilfe. Ich häng im Stein. Ich häng... Ah, jetzt, ich bin draußen. Scheiß die Wand an. So ging es mir vorhin auch mit dem Schiff. Oh, komm. Komm, mach hinne. Ja. Ich habe Reloading. Ah, ich order jemanden. Ich werde... Du... Ich töte dich. Wow. Und tschüss. Ich habe keiner mehr verstanden. Ein gutfahrting Redding. Muni, Muni. Es klingt, wie du es runterlässt. Die Schrappwaffe hat gerade über die Artikel. Call mich, wenn du bereit bist. Alles klar. Ich habe meine Zweitwaffe gegen eine andere Waffe ausgetauscht. Das geht anscheinend. Ich habe jetzt statt der Pesole eine Schrotze. Grüner Rauch ist immer gut. Äh, hier durch. Keine Mongos hier. Ah, schwer, so eine Analhöhle. Gehen durch die Zweitwaffe. Oh, ja. Das war es doch schon wieder. Oder? Ja. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch... Keine Ahnung. Ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt, Let's Play Faktor 3. Faktor 3. Together. Tschaui. Servus.